Hi, ich bin Lirich und ich bin Thuy und wir gehören zu Dreamworld. Aber was machen wir eigentlich? Wir drehen Kurzfilme und ziehen spannende Projekte durch. So waren wir dabei, als ein junger Adler das Licht der Welt erblickte. Über ein halbes Jahr lang haben wir den jungen Adler beim Aufwachsen begleitet. Und das Ganze bis zu seinem ersten Flug. Eine kleine Rückenkamera zeigt uns die echte Vogelperspektive. Kannst du es eigentlich schon ergreifend, irgendwie diesen Adler aufzuwachsen zu sehen? Ja, schon sehr. Das geht mir ans Herz. Man sieht ihn schlüpfen aus diesem Ei. Er wächst auf. Die ganze Zeit ist man bei ihm. Meinst du, er sieht uns irgendwo ein Stück weit als Vater? Nee. Vielleicht habt ihr uns aber auch schon mal mit diesem Projekt im Fernsehen gesehen. Darüber haben wir übrigens jetzt ein Tutorial. Außerdem haben wir einen Kurzfilm mit der Bodypainterin, Vize-Weltmeisterin im Bodypainting. Im Bodypainting wird bodypainted. Hast du die deutsche Sprache verlernt, oder was ist denn los? So, das war jetzt eine Vorstellung von dem, was wir eigentlich tun. Wir freuen uns natürlich über jeden Abonnenten. Und nun viel Spaß mit einem unserer Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.